Moin Leute und herzlich Willkommen bei TalkingMalls. Erstmal direkt am Anfang, sorry dass jetzt im Moment irgendwie ein bisschen Videos rauskommen, aber zurzeit gibt es bei mir viel Neues, unter anderem eine neue Arbeitsstelle und dadurch viel Neues, was ich erstmal lernen muss, viel Arbeit und jetzt im Moment finde ich nicht so die Zeit für die Videos, die ich gerne machen würde. Ja, aber morgen ist bzw. heute ist jetzt Pfingstmontag, wir haben 0 Uhr 31. Ihr seht, jetzt bin ich gezwungen hier nachts die Videos zu drehen, muss ja weiterlaufen. Und als heutigen Whisky habe ich mir mal den ersten Edra Dauer jetzt ausgesucht, den ich hier vor Kamera probiere. Und wie so häufig, wenn ich zum ersten Mal ein Whisky von der Brennerei hier vor Kamera probiere, nehme ich meistens den Einsteiger Whisky. Und dieses Mal ist es auch wieder der Edra Dauer zehn Jahre geworden. Ich meine, das ist die Einstiegsflasche hier von Edra Dauer. Edra Dauer an sich ist er dafür bekannt, seine Whiskys nicht zu färben und eigentlich auch nicht kühl zu filtern. Und der hier ist jetzt auch nicht gefärbt. Allerdings die Einstiegsflasche zehn Jahre ist mit 40 Prozent abgefüllt und damit auch kühl gefiltert. Aber hier Farbe sieht man, die ist schon ziemlich duster. Und die Flasche von Edra Dauer, die finde ich immer richtig geil. Die ist nämlich nicht so wie bei den anderen immer so längs, die Stunit Liquor Bottle, sondern die ist schön klein, ein bisschen fetter. Auch ordentlich schwer. Und eigentlich auch ziemlich aufwendig. Und da kommen wir nämlich zum Punkt, was Edra Dauer so besonders macht. Weil Edra Dauer ist, meine ich, immer noch die kleinste Brennerei in Schottland, die Single Malt Scotch Whisky herstellt. Ich glaube, da sind im Moment welche im Bau, die dann, wenn sie fertig sind, noch kleiner sind. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, und das führt natürlich dann dazu, dass Edra Dauer sehr wenig Whisky herstellt. Also man sagt, Edra Dauer stellt im Jahr so viel Whisky her, wie manche Brennereien in einer Woche herstellen. Und zwar haben Edra Dauer einen Ausstoß im Jahr von 90 bis 100.000 Liter. Und manch andere sind ja dabei 1 bis 3 Millionen Liter pro Jahr. Und das macht dann im Whisky auch im Vergleich wieder etwas teurer. Wobei ich sagen muss, dass das sich eigentlich meistens noch in Grenzen hält. Also ein bisschen muss man drauf zahlen. Und der 10-Jährige, der kostet, meine ich, so zwischen 40 bis 50 Euro liegt er so. Aber hat man halt einen besonderen kleinen Whisky in der Hand. Und die Brennblasen von Edra Dauer, die sind auch besonders. Die sind auch sehr klein. Und dadurch wird der Whisky halt dann auch sehr intensiv. Bin mal gespannt, weil Edra Dauer habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Mein Bruder hatte da mal den Portwood mitschürt. Also ausschließlich den Portweinfässern. Und der war echt mega geil. Ja, wollen wir mal gucken, was der hier so kann. Den 10er, den probiere ich übrigens heute zum ersten Mal. Den hatte ich bisher noch gar nicht probiert. Ansonsten kann man halt noch sagen, dass Edra Dauer ja inzwischen, ich glaube sogar seit 2002, Andrew Simonton gehört. Also den Besitzer auch von Signatory Vintage. Und da gibt es ja jetzt auch mal öfter bei Signatory Abfüllung von Edra Dauer. Was es auch noch zu beachten gibt natürlich, Edra Dauer stellt ja quasi zwei Apfelserien her. Einmal Edra Dauer, klar, nicht rauchiger Whisky. Und dann gibt es noch den Balechen und der ist dann ziemlich stark rauchig. Der hat schon gut was in der Nase. Also der könnte gut werden. Gelagert ist der 10-jährige, ich meine es ist eine Mischung aus Olorose und Expertenfässern. Olorose. Stehen auch Geschmacksnoten drauf? Ja. Ein schönes Aroma von gezuckerten, also ich denke mal kandierten Mandeln. Ein Hinweis auf Olorose und dann cremig, leichte malzige Noten und dann ein schöner, warmer, Finish. Design auf jeden Fall gefällt mir auch sehr gut. Hier vorne sieht man dann nämlich nochmal, ich muss den Kopf weg. Die Edra Dauerbrennerei, so ein schönes kleines Bildchen. Aber jetzt will ich gucken, dass ich den endlich jetzt mal probiere hier. Wartet jetzt auch schon ziemlich lange auf die Öffnung. Ja. Für 40 Prozent eigentlich relativ intensiv. Relativ voluminös und dann auf jeden Fall schöne Karamellnote. Relativ süß in der Nase. Und der Sherry ist jetzt gar nicht so intensiv, wie ich bei der Farbe gedacht hätte. Man merkt da so ein bisschen Sherry im Hintergrund. Da kommen so ein paar Mandarinen-Klementinen. Allerdings noch nicht, wo man jetzt sagt, es ist schon richtig dunkel mit Rosinen und sowas. Der ist noch relativ hell. So eine Spur Erdbeeren. Und süßer wird er. Ja, also schön fruchtig. Relativ intensiv, voluminös für 40 Prozent finde ich. Riecht sich auf jeden Fall ganz angenehm. Ja. Baut da eine relativ kräftige Süße auf. Dann würzig. Bitzelt so ein bisschen auf der Zunge. Sherry im Geschmack etwas deutlicher. Aber auch hier dann wieder so die helleren Aromen. Wieder auch so Mandarinen, würde ich sagen. Nicht zu süß. Und jetzt eine ziemlich starke Nussigkeit. Ja, das könnte man so zu Mandeln hin tendieren. Mandeln Marzipan so. Mit einem Hang Richtung Walnuss. Schon relativ würzig. Aber ansonsten so Eichenbitterkeit oder sowas. Ganz zart, aber nicht wirklich. In der Nase jetzt auch wieder so schöne Karamell-Vanille-Noten. Mit so ein bisschen Sherry. Und so eine holzige Note ist dabei. Weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll. So eine... Ja, und so eine Sherry... Sherry-Haselnuss-Note. Bisschen Heu habe ich jetzt in der Nase gehabt. Süßes Heu. Und so eine... Und so eine... Und so eine... für 40% finde ich den doch relativ intensiv. Da bin ich dann bald mal gespannt, wenn hier ein Balechin oder ein Edra Dauer mit 46% oder mehr steht, was da dann im Mund abgeht. Aber auch hier wieder im Geschmack dann ja definitiv so eine Mandelnote, Mandelmarzipan. Und dann Fruchtigkeit kommt jetzt auch ja jetzt sogar etwas Pflaumen. Dann auch wieder diese Mandarinen. Und jetzt im Abgang kommt wieder diese Haselnussnote, diese Walnuss-Haselnussnote, also etwas würziger. Und auch wieder zum Schluss so eine zarte Bitterkeit, aber nichts, wo man jetzt sagt, die verträgt jetzt keiner. Gefällt mir gut. Also ist ein schöner Single Malt. Riecht sich sehr schön. Da ist so eine schöne, leichte, dunkle Note auch dabei. Kann ich aber nicht richtig definieren. Ich weiß, dass ich glaube ich so eine ähnliche mal bei dem Brüchledig Sherry Cask hatte. Ich sag jetzt mal so eine Sherry-Haselnussnote. Also sowas weiß ich jetzt nicht, wie ich das richtig definieren soll. Aber finde ich sehr schön gelungen. Jo, geht gut runter. Auch wieder intensiv auf der Zunge. Aber dadurch, dass dann auch im Geschmack diese Sherry-Süße kommt und leichte Karamell-Süße, ist das dann doch ein ziemlich süffiges Erlebnis, das man da hat. Von daher kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr mal Edra Dauer kennenlernen wollt, 40 bis maximal 50 Euro eigentlich eher so drunter und seid ihr dabei. Ja, dann will ich jetzt gucken, dass ich jetzt noch ein Video drehe, dass ich auch ein bisschen was im Petto habe, dass ich wieder ein paar mehr Videos drehen kann dann oder uploaden kann. und würde mich dann auch freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben gebt und dann beim nächsten Video auch wieder einschaltet bei Talking Malls.